Die Halloween-Wochen 2019! Nicht nur, dass wir zwei neue Attraktionen haben, nein! An unseren Highlight-Tagen haben wir auch noch fette, geile Partys! Da zieh ich nämlich mein heißes Anzohr an, ne, das kleine kurze Schwarze. Und dann geht's hier ab, ähm, ich glaub, 23 Uhr oder 0 Uhr oder so richtig los. Die Tickets dafür kriegt ihr bei uns auf dem Online-Shop und so'n Kram. Wenn ihr sehen wollt, wie die Partys das letzte Mal waren, guckt bei uns auf dem YouTube-Kanal nach, da seht ihr mich trinken. Ist auf jeden Fall witzig. Nur bis 5, 6 Uhr geht die Party auf jeden Fall immer, da kann man mal gut abspacken. Ach ja, und das sind Kostümpartys, deswegen komm kostümiert. Voll geil! Suf, 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 suf! Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und? Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram, YouTube. Pfizer-Pathfreaks.de Genau, zu dieser folgenden Aussage... Zu dieser folgenden Aussage werde ich gezwungen, mal wieder. Seit fünf Jahren in Folge oder so. Warte, machen wir das nochmal! Machen wir das nochmal! Warte, machen wir das nochmal!